Wie bringt man sowas bei? Die Rede ist von sowas. Nami, halten. Und Pfui. Der erste Schritt ist, ihr müsst eurem Hund beibringen, auf dem Kommando zu essen. Das heißt nicht direkt, wenn ich es hier davor halte, dass ich es essen soll, sondern ich kann es hier hinlegen und sie nimmt es erst, wenn ich ihr das sage. Okay. Wenn das geklappt hat, kannst du deinem Hund beibringen, das Leckerli irgendwo draufzulegen und das dann auf Kommando zu essen, wenn sie ruhig bleibt. Okay. Als nächstes musst du deinem Hund einfach nur in den Mund geben. Nami, halten. Wenn das nicht klappt, kannst du dem Hund natürlich auch das an die Lippe klemmen. Okay. Und um das Pfui beizubringen, musst du ihr natürlich am besten ein großes Leckerli geben, wie das hier, was sie dann halten kann. Wenn sie halten kann und du Pfui sagst, Pfui, und sie ist nicht ausspuckt, kannst du es natürlich direkt wieder wegnehmen, dass sie weiß, okay, bei Pfui soll das aus dem Mund raus. Was ist deine nächste Frage? Okay. Okay.